und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa so dann würde ich sagen auf los geht's los ich drehe noch ein bisschen die kamera damit alles schön im bild ist so womit beginne ich denn was habe ich denn gesagt ich möchte ganz gerne etwas spielen und zwar mir ist ein bisschen nach action ich hätte voll lust eine runde metal gear mit euch zu spielen natürlich metal gear sondern metal warrior metal gear das war für eine andere konsole und steht bei mir so auf platz 1 das ist bei mir momentan das persönliche ranking wie ich die spiele spielen möchte mit q geht man wieder raus und dann werden wir mal in dem ganz normalen directory funktioniert auch prima mit dem schnellladen das ist schon mal sehr gut ja da wäre schon und mit one starten wir das spiel ja was natürlich faszinierend ist ist natürlich einmal die grafik als solches die schön und natürlich die musik die musik ist absolut genial also da haben die programmierer sich was einfallen lassen aber das sind bestimmt 567 tracks die wirklich alle super sind und alleine dafür lohnt sich dieses spiel schon so ich würde sagen nicht lange fackeln weiter geht's ich will das spiel immer mit einem kleinen schummelkot und sagen auch natürlich bei unendlich energie sage ich ihm ja kill with one hit dann mache ich natürlich auf no das ist einmal kurz die diskretendeite wechseln hervor schieben die magische taste drücken ich glaube man muss noch ein wechsel vornehmen ja auch das bild wunderschön gezeichnet gehört selbst wunderschöne musik hat da macht das spiel noch start spaß ne turn you dist so ja ich würde sagen ich mache da weiter wo ich beim letzten mal auch war continue game und das war speicher punkt 28 45 fängt ja schon gut an hier bleib mal hier der polizist heißt mein freund und helfer also eigentlich was ist das denn der polizist umgebracht also das sieht man eigentlich selten kann man hier rein was habe ich denn jetzt ein knüppel okay ein polizei knüppel denke ich meine komm wir gehen mal hier rein so gucken wir mal was wir hier machen können hier können wir nichts machen hier können wir nichts machen na eh nach oben hallo wir sind so sagt dass er hier hier kann ich rein und ja immerhin eine tür darf ich betreten was passiert aha was haben wir hier ein messer ja okay was haben wir da notes mal eben ganz kurz gucken über die f-tasten ob man das ah nee weil die space war das kann man die notes nicht lesen okay ich habe schon mal eine geheime botschaft natürlich nur die frage was mache ich mit der geheime botschaft stopp da habe ich noch einen raum ne hier ein badezimmer gut ja jetzt natürlich eine gute frage was machen wir mit der geheimen botschaft ich denke mal ich gehe da hin wo ein paar people sind mal schon diese diskothek gun shop gibt es noch vielleicht braucht er die geheime botschaft man weiß es nicht oh warum hast du irgendwie keine waffe ein schuss null schuss unendlich schuss unendlich schuss sackgasse ja sackgasse gut wie komme ich jetzt zu dieser diskothek also das wäre jetzt so eine idee beziehungsweise irgendwo kann man noch einen band kollegen besuchen das wäre auch noch mal eine option natürlich nur die frage wo sind die wie komme ich dahin so wo sind wir hier irgendwo gehen wir mal hier nach unten das kann sich vielleicht einen kleinen schnitteinbau wenn ich hier wirklich absolut überhaupt nicht weiter kommen jetzt polizisten freundlich er enter machen das war nur ein treppenhaus vielleicht kann man hier auch irgendwo reingehen ich finde wir noch eine zweite geheimen botschaft da hast du mein zu hause das ist glaube ich mein zu hause das rest okay viel mehr kann ich glaube ich nicht machen auch hier ja außer spes nix gewesen würde ich sagen ne und gehen wir mal weiter so gehen wir ein bisschen weiter nach rechts und schauen mal so ob ich was finde braun wenn ich in der braunen welt bin ich nenne es einfach mal braunen welt oder braune ebene ich meine hier irgendwo äh wäre diese diskothek bar pub oder was auch immer ja jetzt mal ein gun shop wo wir gerade hier sind können wir auch mal reingehen vielleicht braucht er die geheime botschaft na der will nur verkaufen ne so was können wir denn mal nehmen hier heavy pistole das klingt doch mal gut komm wir nehmen wir mal äh trade a weapon to make room ich muss room machen aber eine andere waffe muss ich abgeben das messer nicht shootgun nein ich will davon gar nichts abgeben na komm hä shootgun habe ich doch noch oder jetzt ein bisschen munition noch kaufen ja das sieht doch mal gut aus ja dann können wir wieder raus gehen tschüss der kollege bis zum nächsten mal dann testen wir davor die heavy pistole null wieso null lord oh warum habe ich jetzt nur noch 28 vielleicht kann ich ja nochmal ein paar schoßen nachkaufen ne geht nicht da steht 35 ja gut 28 plus 7 sind da 35 wenn man das so sieht dann passt das ja das nimmt ja die Waffe nicht weil der Polizist direkt in unmittelbarer Nähe ist so jetzt hat die Waffe wieder in der Hand äh password one no idea nee then get lost ja ok ok gut ich brauche ein Passwort in der braunen Welt brauche ich ein Passwort so nur wo ist jetzt boah cool ja warum triffst du nicht was wollte ich sagen achso ähm ich meine hier in der braunen Welt wieso schießt er nicht schon wieder alle was ist das denn komm ich bleib beim Messer das Messer habe ich irgendwie immer so wo ist das Papp wo bist das Papp oh Enter man kann hier reingehen äh Utility Pass habe ich nicht ja die besten Gegner hier die stehen bleiben kann man hier reingehen nee hier kann man hoch ich will das Papp finden wo ist das Papp ah hier ist das Papp so wir mal gucken ob wir die geheime Botschaft irgendwie irgendjemand überbringen können aha ja die Papp funktioniert und ich habe die Noten danke ja keine Ursache wir müssen lernen nicht zu denken ja weiter anyone too often okay ich habe es nur einmal gesagt also soll man die Kirche im Dorf lassen ne it's not very metal ja okay okay gegen die Metal Ehre habe ich da wohl verstoßen now you just have to convice Joe okay wo ist Joe wer ist Joe wo ist Joe also wenn ich es richtig verstanden habe muss ich jetzt Joe finden äh suchen ja suchen und finden weil sie auf Toilette he he kann man hier gar nicht rein ja okay wo ist Joe gib mir doch mal einen Tipp bist du Joe ja okay jetzt muss ich Joe finden wo könnte Joe sein das ist jetzt hier die gute Frage komm her du Coins immer zu mir Enter kann man ja auch entern bis Ende ne ja dann enter wir hier mal bist du hier Joe ach ne das ist hier nur diese Kanalbereich ich hätte noch eine Idee wo Joe sein könnte na komm wir gehen mal weiter jetzt ist das aber langsam he he genau jetzt haben wir eine Polizei hier ne die macht das schon für mich Dankeschön Münzen nimm ich natürlich mit ist klar genau wenn ich jetzt hier hochgehe vielleicht ist hier irgendwo Joe ne ich bin nur auf einer anderen Ebene da schläft oh ja okay enter ah die Musik wird anders Joe bist du hier kann man irgendwas machen kann man schon mal entern dann machen wir das ne naja wo ist Joe das könnte oh da sieht doch noch Joe aus ne you got the notes great we start a band oder was let's see your guitar is okay enough immerhin if you played it hard of course choose new hallo parts are not the only thing you have to learn let's start with something easy ja das ist ne gute idee mit was leichter und sollte man beginnen don't think I know any of your songs was ist denn jetzt los na ich hätte den Text vielleicht doch lesen sollen da war ich zu faul gute Initiative too much question ich hab zu viel gefragt oh it's a tricky balance but no choice must start over good you learn fast ah meine Energie oh I'm dead absent and you don't mix come on let it all out you'll hold your hair na gut hauptsächlich die Aare liegen ne das ist eh genau so ok und jetzt feels like rap maybe I should head back to my place to sleep it off ok also ich muss jetzt zurückgehen erstmal eine Runde schlafen gut also ich vermute mal ich muss erst nach Hause mich jetzt ein wenig ausschlafen gut erstmal ausruhen und dann ab in diesem Club hinein zumindest hab ich es jetzt so verstanden dass es jetzt meine Aufgabe ist so wo ist mein zu Hause nochmal ich meine ich meine ich müsste hier wieder zurückgehen Treppenhaus hinein ich habe überhaupt keine Waffe sehe ich gerade mal wo ist ein Knife Knife oh neue Musik ne hier will ich nicht hin hier will ich nicht hin irgendwo kann ich doch nochmal mit dem Treppenhaus hinein meine ich hier schon mal nicht das hier hier auch nicht ja ich hätte mir so einen Plan machen sollen wo was ist hier kann ich entern ah ne jetzt bin ich wieder bei dem Kollegen bei Joe die letzte Mal äh zu Hause oder war das hier man weiß es nicht wo ist mein zu Hause na komm wo fahren wir die Polizei hier ne ah hier ist schon mal der Club wo ist mein zu Hause ich denke mal ich melde mich wieder wenn ich bei meinem zu Hause bin ok die braune Ebene auf jeden Fall nicht ich muss in die graue Ebene wieder hinein so nach rechts oder nach links komm wir gehen mal nach links hab doch keine Ahnung Enter jetzt bin ich wieder bei dem Kollegen ne oh hier könnte man zu Hause sein war das hier das sieht man mal genau ich sag immer ja restet er jetzt eine Runde schlafen eine Runde schlafen dann blinkt auch die die Gitarre ja jetzt it's showtime genau schlafe ich mir die Gitarre würde ich sagen und dann auf in den Club ach der ist von alleine hingegangen prima Trash Metal ja ok this is Tormentor ich bin hier mal gespannt hab ich jetzt einfach durchgezockt boah das ist schon heftig oh ne wie cool gemacht keine Frage lasse police arrives ja ok 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 gut war wohl nicht so ganz gelungener eieieieie ok ok verstanden any idea so verhör ist beendet was kann ich jetzt machen bin jetzt ein freier mensch Telefon it's René was a shit show haha this thing I don't want to show my face at hate clubs right now but since you're the new guy and didn't even fight you could see if the owner Harald was anywhere to say myself I be the we he sell space ok also wenn ich nochmal in den Club reingehen das hab ich jetzt mir so verstanden so polizei ist nochmal ein freund wo sind wir hier Treppenhaus erstmal hier auf dieser Ebene hier liegen immer noch Sachen rum die ich nicht eingesammelt habe sind auch nicht schlecht ey was ist das nun so heilig boah mit Molokov Cocktails oder was auch immer oder Bomben hier kann ich auch reingehen muss irgendwie in die braune Ebene ne so wie komme ich da hin ich muss in die braune Ebene wieder ich brauche also so ein ähm ein Treppenhaus was mich in die andere Ebene führt na Sackgasse war ja klar ja komm kann man hier nicht rein wo war das denn wo konnte ich doch noch ins Treppenhaus hinein ah hier wo der Pfeil ist ich glaube der Pfeil bedeutet Ebenenwechsel bin ich im braun nein ach da der Pfeil nach oben in die obere Ebene okay jetzt müsste ich ja eigentlich nochmal in die untere Ebene hinein ne wie kommt ah da da geht es nach unten ah genau ich bin ich in den braunen Ebenen so hier bin ich schon mal gut jetzt nur die Frage nach rechts auch noch links irgendwie ich mach das richtig ja klemmte wo der joystick ein bisschen komm Fragezeichen Aussufzeichen komm wo ist der club da ist auch aufgenommen mir ist egal kann man die auch rein ne kann man nicht rein hier sind aber die bösen Jungs auf einmal zu vielen Schusswaffen na ja Zeit ruhig komm komm nee nach oben möchte ich jetzt nicht da ist der club ja komm rein da so mal gucken was jetzt passiert ist richtig ich brauch ne antwort na laufe meinte ja wo ist er hin ja wo ist er hin kollege wo bist du da lach was ne waschbecken ja da geh mal gut ja ich denke mal was soll es an der stelle gewesen sein ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keinen plan was ich jetzt machen soll ja ich bedanke mich an der stelle fürs zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten mal Glück auf aber vorher speichere ich eben noch ab das könnt ihr euch auch noch einmal ganz kurz anschauen wie das funktioniert so ich drücke wie war das nun mal run stop meine ich ja und wähle dann dementsprechend save and end und überschreibe den letzten spielstand ja den können wir ruhig überschreiben ne ja und das soll es gewesen sein in dem sinne und tschüss und weg bis zum nächsten mal